Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading-Tipp. Unser Trading-Tipp für Sie heute ist Evotech. Die Biotech-Firma hat bereits in den vergangenen Wochen und Monaten zu den stärksten Werten im Tech-Tax gezählt und das kann sie auch heute fortsetzen. Positive News gibt es mal wieder von Kooperationsseite. Mit dem dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk wurde heute eine Kooperation bekannt gegeben. Hier geht es um die Forschung im Bereich Insulin auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Bereich Adipositas, so nennt man die Fettsucht. Hier erhofft sich Evotech große Fortschritte. Hier könnten Meilensteinzahlungen anstehen und das würde der Aktie auch weiterhin Schwung verleihen. Man sieht es bereits hier, nach dem Abverkauf Ende des vergangenen Jahres hat sich die Aktie bereits deutlich gefangen. Seit dem Tief im Mai hat sie bereits fast verdoppelt und damit sollte noch lange nicht Schluss sein. Man sieht es hier, der Aufwärtstrend ist voll intakt. Aktueller Kurs im Bereich knapp unter der 21-Euro-Marke. Dank der Kooperationen in den vergangenen Wochen, dank der starken Zahlen herrscht hier Rückenwind und mit der Kooperation mit Novo Nordisk nun und voraussichtlich auch in den kommenden Monaten bis Ende des Jahres noch weitere aussichtsreiche Kooperationen könnten hier anstehen. Sollten neue Hochs möglich sein. Im Bereich des alten Hochs vom vergangenen Oktober 22,50 Euro, 22,70 Euro sollte das erste Ziel sein und sollte das überwunden werden, kann es für die Aktie durchaus auch schnell in den Bereich um 25 Euro gehen. Wem um dem Ganzen noch etwas mehr Pepp zu verleihen, hat natürlich unser Faktor-Partner Morgan Stanley auch wieder ein passendes Produkt. Aktueller Kurs 10,92 Euro bei Faktor 3. Hier sehen wir durchaus kurzfristig die Chance, dass das Produkt bis in den Bereich um 15 Euro steigen kann. Da Biotech-Produkte natürlich auch immer eine gewisse Volatilität haben, sollten Sie das Ganze mit einem Stopp bei 9,20 Euro absichern. Dann sollte hier ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bestehen und Sie können entspannt in den weiteren Handel gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.